Hier in der Arena als Publikumsliebend darf man sich das vielleicht gestatten. So, jetzt hätten wir ihn auch hier zum Weg aus. Lassen Sie die Führe jetzt einfach frei laufen. Dann müssen wir halt schauen, dass wir nicht betrachten, dass die Leute hier unbehelligend über die Runde kommen. Ich hoffe, dass sie auch an die Gesellschaft von den Fühnen gewohnt sind und dass sie da nicht Angst haben müssen. Ich möchte es folgendermassen halten. Schätze Damen und Herren, wir haben hier...